BlackBelly, Blablabla, Fenüsse sind hier, Blablabla, Fenüsse sind hier, Blablabla, mit Dirk, Blablabla, und Klaus, Blablabla. Ungeprobt, nicht schlecht. Muss ich sagen. Besser als ich erwartet hätte. Naja, wirf einem alten Hund mal ein Stöckchen hin, da gibt es auch irgendwie eine Reaktion. Ja, und herzlich willkommen zu der Dirk Schaut, gerade auf meine silberne Visa-Karte. Nee, eigentlich habe ich auf die Isogalen geschaut. Nee, Isogalen. Das ist ein illegales Medikament, wir dürfen nicht drüber reden. Ja, ich finde es irgendwie ganz geil, weil zuerst habe ich gelesen, Isogala. Naja, das kannst du auch als Magazin konsumieren. Die Isogala, diese Woche. Robbenschlacht auf Gelua. Isogala. Geiles Sexfantasien beim Zahnarzt. Isogala. Die krassesten Spezialeinheiten der Schweiz. Isogala. Musste kennen. Comic-Action-Knorpel-Entzündungshemmer. Klaus, was ist mit deiner Stimme? Ich stand zwei Stunden auf der Bühne und habe Kindertheater gespielt. Ich musste mir auch für die zweite Vorstellung... Hast du mit Kindern Theater gespielt oder hast du Kindertheater gespielt? Ich habe hier Kinder, habe ich Theater gespielt. Ach so. Es ist ja größtenteils ohne, also mit den Kindern im Publikum. Dann mussten wir zwei Kinder im Publikum zurechtweisen nach der Show. Nach der Show? Ja. Die haben die ganze Zeit so dumme Kommentare reingequatscht. Und da gibt es nicht irgendwie mal Frau Brotenbrink, die Lehrerin, die dann sagt von denen, Frau Brotenbrink war ziemlich laissez-faire. Es waren auch noch, also haben wir in Kreuzberg gespielt? Da sind auch öfter irgendwelche Schulen... Bombengefühl explodiert? Hä? Hartes Pflaster, Kreuzberg. Ich war nur in die... Ja, nein, aber ich meine, da gibt es halt auch oft Schulen, wo du merkst, okay, das soziale Milieu ist ein anderes, die freuen sich über das Theater. Und diesmal hatten wir halt so eine Bonzenschule da und die haben sich halt benommen wie die Assis. Und Judith und ich haben die zwei Übeltäter, die hier vorne die ganze Zeit in der ersten Reihe gequatscht haben. Ja. Und ja, schlag ihn, wenn er auf den Boden liegt. Ja, stich sie ab, stich sie ab. What? Und dann hat sie was, oh, das Pferd will sex. Und hat nur so reingerufen zu uns auf der Bühne, also auch nicht irgendwie für sich getuschelt. Ja. Die haben wir dann zur Ordnung gerufen nach der Show. Was heißt das? Ihr zwei, kommt mal her. Komm mal her. Habt ihr die an Pranger gestellt auf die Bühne? Nee, naja, es war danach, als sie gehen wollten, dann haben wir sie rangeholt. Komm mal her. Wie benimmt sich dein Theaterpublikum? Meint ihr so, wie ihr euch heute benommen habt? Ja, es tut mir leid, Herr Mister, es tut mir sehr leid. Ja, normal hätte ich sie geschlagen, also. Beziehungsweise bist du ja, wenn sie an den Graben herantreten, ja in Kickhöhe. Ja, so eine Wortfall geschadet eigentlich, ja. Dann müssen sie sich ja bücken. Nee, ich meine, was sind die Reaktionen? Gibt es da irgendwie, wo du das Gefühl hast, da kommt was an oder? Du kannst mir gar nichts, mein Vater gehört ganz Berlin. Nein, nein, nur, die sind noch in dem Alter, wo sie sich halt so beschämt dann gucken. Ich habe gar nichts gemacht. Bist du sicher, dass du nichts gemacht hast? Ja. Ja, für das nächste Mal weißt du es. Okay. Aber da, da innerlich macht er. Ja, ich bin schwarze Pädagogik. Ja, aber anders geht es halt nicht. Wenn es nicht anders geht, erzieht eure Kinder. Sonst kommt da böse Klaus vorbei. Wie war das? Wie heißt nochmal der? Klaus Kick in die Luft. Der Actionfilm mit Michael Ludikow. Entschuldigung, ich halte jetzt die Fresse. Dunkle Pädagoge, das habe ich letztens bei, wie ist es? Baywatch Berlin gehört. Das ist ein neuer Podcast von Klaasäufer Umlauf und zwei, also einen seiner Produzenten und einen Redakteur. Und das ist halt eigentlich ganz unterhaltsam, weil du halt immer sehr viel hinter den Kulissen so mitkriegst. Die armen Knechte, die das Ding versuchen aufrechtzuerhalten und da haben sie halt auch über Kinderpädagogik ein bisschen gesprochen und dann meinte er, immer ein bisschen gruselig und sollte man mit Kindern eigentlich nicht machen, aber der bekannte Spruch, tausend Worte helfen nicht so gut wie eine Backpfeife. Da habe ich so gedacht. Das war halt nicht ganz unterrecht. Ja, man muss ja nicht gleich täglich handgreiflich werden. Ja, aber wenn du merkst, also das ist ja halt schon viel wert, wenn du merkst, es macht schon was. Wenn ein Erwachsener sagt, komm mal her und das ist eine fremde Person, du hast auf den Kontext gerissen, der hofft dir jetzt, das war's und du sagst, das war scheiße, das wisst ihr. Ja, genau. Nur, dass du das weißt. Du brauchst dich gar nicht rechtfertigen, du weißt, das nächste Mal macht man nicht. Dieses Social Shaming hat halt vollkommen ausgereicht. Wow, im Hintergrund wahrscheinlich, er hat den voll gebächt. Ja, das ist auch, die gehen ja immer alle ab, wenn ich sage, nee, krasser Prank. Der alte Mann kennt ein Wort, was wir kennen. Das krasser Prank geht noch, als ich mal den Flossdance gemacht habe, war fünf Minuten nicht mehr ans Weitermachen zu denken. Aber warte mal, Flossdance ist doch eigentlich so ein Publikum bis zehn, oder nicht? Ja, wir sind so zehn, elf. Ah, okay, okay, okay. Ich habe auch wieder ein Fortnite gespielt, passend dazu. Ich werde immer von so einem Kostüme-Wanker am Ende erschossen. Von was? So ein Kostüme-Wanker. So ein Kostüm-Wichser halt. Ja, ja. Ja, die halt so Leute, die so teure Kostüme bei Fortnite haben. Die kommen dann mit so einer Edelanfertigung aller Elton John und du hast so ein Standardprogramm und den Gänzen noch vor dir. Stell dir vor, Elton John wäre ein Dinosaurier. So ungefähr. Oder Darth Vader in der Drag Queen. Das ist so die Art Kostüme, in dem Leute da auflaufen. Und ich habe eine Hose und einen Pulli an. Ja. Klaus, mir fällt gerade auf, dass wir kurz vor der Aufnahme irgendwas besprochen haben, was mir gerade schon wieder vergessen, also aus dem Kopf geräumt ist. Wir haben über Castings geredet. Ah, weil du dann gesagt hast, ey, wollen wir das nicht in die Aufnahme nehmen? Sonst vergessen, oder sonst quatschen wir uns hier tot. Weil wir hatten ja schon mal gesagt, wir setzen das fort, unsere Gespräche über Castings. Haben wir gesagt? Ja. Okay. Ja. Achso, und das hast du heute als Thema mitgebracht? Ich dachte ja, entweder Castings oder Kurzfilme. Was du willst. Wir können es ja ein bisschen offen halten. Was sind unsere geilsten, ich mache jetzt große Anführungszeichen, Erfahrungen mit Castings und Kurzfilmen? Ja, stimmt, ich habe mal gefragt, was unsere schlimmsten, was unsere schönsten Castingsmomente und ja, unsere geilsten. Genau, also halt generell die skurrilsten, ich sage es mal, skurrilsten Erfahrungen im Bereich Casting, Kurzfilmen, weil ich ja, am Montag war ich in Hamburg, das kann ich immer für die Zuhörer erzählen. Für einen Recall, ne? Ja. Das heißt nicht für einen Dreh, sondern für die… Ich war in Hamburg für einen Recall und um mir Erstliga-Fußball anzusehen und ich habe da keinen Erstliga-Fußball gesehen. Für die zweite Runde eines Castings, obwohl Recall kennt ja mittlerweile jeder. Ja, ja. Du kommst leider nicht ins Recall. Lustigerweise hatte ich das einmal bis jetzt erst irgendwo anders hinreisen und es war auch in Hamburg und es war auch für einen Recall und es war auch für eine Werbung. Was für ein… Also ich hoffe halt einfach nur, dass es richtig teuer war. Am geilsten wäre es eigentlich, wenn du einen Tag vorher gekommen wärst und hättest dann da in so einem Hotel übernachten müssen. Es ist halt auch… Also die Erwartungshaltung ist ja auch immer, dass du immer Zeit hast und immer auf Abruf bist. Ja, ich meine, das ist eigentlich genau das, was wir letztens gemacht haben. Also ich hatte halt irgendwie ein E-Casting für… Ich habe keine Ahnung. Irgendwie, ich glaube ein Baumarkt. Himmelheimer Baumarkt. Ja. Kann man ja das… Soweit kann man es ja sagen. Inhalt muss ich dafür nicht sagen. Himmelweiße Wandfarbe. Ja, und habe ich halt den ganzen Spaß gemacht. E-Casting, glaube ich, hatten wir auch schon mal als Thema, was grob das bedeutet. Und dann wurde es weggeschickt. Und dann gab es dann von der People-Agentur, also quasi mein direkter Ansprechpartner, der dann die Brücke schlägt zur Werbeagentur, der dann die Brücke schlägt zum Kunden. Ja, war ganz gut, was du gemacht hast, aber mach jetzt nochmal aus dem Spot zwei andere Figuren. Also beziehungsweise, das sind zwei verschiedene Figuren. Und ich habe dann ja nachgefragt, welche soll ich machen? Ja, keine Ahnung. Dann habe ich bei der Casting-Agentur angerufen und habe gesagt, welche soll ich machen? Nee, es ist beide. Dann habe ich bei meiner Agentur Bescheid gesagt, ich mache beide. Dann hat die gesagt, nee, ich habe gerade mit der Casting-Agentur gesprochen, du sollst nur eine Seite machen. Die andere Seite hat mir dann der Klausemann geholfen. Kurzfristig sollte übers Knie gebrochen werden, wo sie auch gesagt hat, hey, wenn du es hinkriegst, wäre super, aber die sind jetzt kurz vor dem Scheiden. Dann haben wir den ganzen Scheiß gemacht. Ich fand das relativ nervig, also das reine Drehen halt nicht. Aber dieser Aufwand, ich habe gesagt, okay, es hat alles geklappt. Zumal du ja eigentlich zu dritt hättest sein müssen. Also idealerweise hätten wir noch jemanden dabei gehabt. Es sind drei Figuren in der Szene und wir haben das halt schon runtergebrochen, dass wir uns dann halt eine dann halt so geklärt haben, indem dann halt Klaus beispielsweise mal seine Frage oder Antwort so ein bisschen als Gedanke mitgesprochen hat. Von wegen, rote Penisse wollen sie sehen. Ja, rote Penisse finde ich jetzt auch gut. Was können Sie mir noch empfehlen? Ah, ich sehe gerade, Sie haben noch violette Penisse. Ja, genau. Und dann alles weg und so. Und dann echt noch, glaube ich, eine halbe Stunde Zeit gehabt. Dann war das hochgeladen. Dann habe ich schon nervös, weil ich gesehen habe, es wurde halt nicht runtergeladen. Dann hieß von wegen, ja, die warten, bis alle fertig sind. Dann laden sie runter. Dann bin ich halt zum Sport gegangen. Und dann war es zehn vor sechs. Und ich kriege einen Anruf. Aaron, der Regisseur, der ist jetzt gerade in der PPM. Also im Vorproduktionstreffen. Genau, Vorproduktionstreffen. Und da wird dann entschieden, wer was macht sowas. Und dann haben sie sich halt die ganzen Sachen anguckt. Von mir hatten sie ja dann quasi zwei Sachen. Und dann hieß es, ja, aber der Regisseur würde dich gerne in der anderen Figur noch sehen. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich habe vorhin angerufen bei euch. Und da hieß es von wegen, ey, mach zwei. Nee, nochmal geklärt. Er hat definitiv nur einen. Definitiv nur einen. Und das habe ich gemacht. Ja, war auch so. Aber jetzt wird der Regisseur gerne die andere Seite noch sehen. Kriegst du das doch hin? Ich bin gerade unterwegs. Ich kriege das jetzt nicht heute Abend hin. Wie lange habe ich Zeit? Ja, bis morgen früh um neun. Du weißt aber schon, dass dieses E-Castchen, das Ganze organisieren, also meinen Anspielpartner organisieren, zusammen das halt auf die Beine stellen, das drehen, das dann auch mal kurz ein bisschen schneiden, das dann hochladen. Das dauert seine zwei bis drei Stunden, der Scheiß. Ja, das heißt, ich schreibe denen jetzt, dass du es versuchst, aber nicht weißt, ob du es schaffst. Du sagst denen jetzt, das geht nicht. Ja, aber der wird es jetzt gerne noch sehen. Es ist jetzt sechs Uhr. Ich bin jetzt, bis ich zu Hause bin, keine Ahnung, es ist neuneinhalb, zehn. Und ich werde jetzt nicht irgendwie Kumpel versuchen, aus irgendwas noch zu reißen, dass wir das nachts machen. Oder ihn zu fragen, ob wir uns morgen früh um halb sieben treffen oder um sechs treffen, damit ich das die Möglichkeit habe, beim PPM zweite Phase irgendwie da noch gesehen zu werden. Ja, ich verstehe. Das ist wohl sehr nervig für dich. Wo du ja auch. Es ist ja auch nicht irgendwie so, dass sie sagen, ey, sag mal, der Regisseur favorisiert dich schon. Genau. Er wird dich halt gern für die andere Rolle sehen. Sondern es ist nur so, wir sind halt dumm und wissen nicht, was wir machen wollen. Ich meine, die Person konnte natürlich nichts dafür. Das ist halt auch nur direkt Ansprechpartner für mich. Hat nichts mit dem Kunden oder der Werbeagentur zu tun. Und dann war es halt auch noch eine von der Agentur, die gar nicht involviert war. Dann habe ich ihr erst erklärt, dass in der Szene drei Personen sind. Weil sie meint, nee, du brauchst ja vielleicht keinen Ansprechpartner, mach das so. Es sind drei. Wir brücken schon eine. Und wenn ich jetzt zwei, dann wird das schizophren für die Figur. Einen Dialog kann man sich ja immer noch irgendwie basteln. Ja, auf irgendwas reagieren. Naja, und Surprise, es wurde halt nichts. Obwohl ich halt zwei E-Castings eingereicht habe. Aber es sollten drei sein. Und naja, und so eine Sachen treffen wir halt dann leider nicht selten an. Ich hatte ja auch in dem Casting, wo ich nach Altona für gejuggelt bin in der Bahn, war ich ja eigentlich auch erst, wir haben immer darüber geredet. Und wir dachten, ja, okay, wir sind beide für die gleiche Rolle da. Wie, also du hast den beim Zug jemanden getroffen, oder was meinst du? Nein, nein, wir haben darüber geredet. Ach, du meinst die beiden. Okay, ja. Und deswegen dachte ich, ja, geil, dann bin ich auch für den geilen Begatter da. Ja. Und dann habe ich das aufgenommen. Rolle geiler Begatter. Aber dann habe ich gesehen, ach scheiße, die wollen mich sehen für Pizzabote mit der langen Salami. Ja. So, und dann war ich schon auf dem Weg zum Fußballspielen. Ach, ja, dann mache ich es heute Abend halt. Dann baue ich heute Abend halt alles wieder auf, mache es nochmal. Ich habe dann den Pizzaboten gemacht mit der langen Salami. Was man, schön, dass ich ja kurz unterbreche, was man ja auch nicht vergessen darf mit dem Aufbauen. Es wird zwar immer formuliert von wegen, ey, mach keinen Aufwand, aber wir wissen, intern wird immer gequatscht. Ist der Ton scheiße? Weg. Ist das Licht scheiße? Weg. So war es. Deswegen hat man mittlerweile zu Hause halt einfach echt so eine weiße Studio-Ecke oder neutrale Ecke, wo dann halt auch irgendwie professionelles Licht ist. Und du hast ja definitiv halt auch eine professionelle Kamera. Ich mache das dann halt über ein Stativ mit Handy, sonst was. Aber das sind so die Basics. Und es gibt immer noch Leute, die aus einem langen Arm irgendwas filmen oder irgendwas. Oder du siehst im Hintergrund halt einfach so ein Mörderbücherregal und erkennst teilweise die Schauspieler nicht. Kann man denen auch nicht vorwerfen. Weil sie es auch nachts gefilmt haben. Genau. Also ich habe halt auch kein richtiges Licht. Ich mache hier meine Sparlampe an aus den 90ern. Ist ein bisschen orange und sowas. Und dann wird das halt sofort weggekickt. Und dann gibt es halt mittlerweile, was wir glaube ich auch schon mal kommuniziert haben, halt auch einfach diese kleinen Studios, wo man sich einmieten kann als armer Schauspieler. Das war eigentlich auch meine Idee, das aufzumachen. Dann kam diese Pan Ami zuvor. Wer? Meine Idee war das, sowas aufzumachen. Ja, aber wer? Achso, generell kam dann von anderen die Idee. Und die haben, so okay. Naja, aber du wärst ja dann einfach ein weiterer Anbieter. Ja, aber deswegen wäre es ja das gewesen. Wenn ich einer der Ersten gewesen, hätte ich mir schön den Markt sichern können und die Leute abziehen. Aber die Sache ist, du ziehst dann deinesgleichen ab, die halt keine Kohle haben. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich dann so glücklich fühlst oder ob du dann sofort so einen Lebensvertrag bei FDP dann gibst. Die Mitte lebt. Aber ich hab dich unterbrochen, vor einer Stunde. Ich weiß gar nicht. Achso, ja und dann hab ich halt den Pizzabooten aufgenommen. Dann fahr ich nach Hamburg, weil sie, sei ja, die wollen dich nochmal in Hamburg sehen. Und dann halt wieder für den geilen Begatter, was ich dann vor Ort erfahren habe, als ich ankam. Ach, das war halt auch, du bist hingefahren mit dem Wissen, du bist jetzt für das, was du ursprünglich halt auch machen solltest und nicht fälschlicherweise was. Genau. Und da stehst du im Studio? Also das, was ich fälschlicherweise gemacht habe, hab ich auch gar nicht hochgeladen. Achso, okay. Weil ich dachte, ach nee, ey, das denkt nur, der Typ hat einen Schaden, kann die erste Zeile nicht lesen. Ja. Und dann bist du halt im Studio vor Ort und dann sagt dir irgendwie so eine Assistenz von Assistenz, mach mal den Begatter. Ja, Klaus ist hier für den Begatter. Ich so, was? Und du denkst, what? Hat der Text? Gibt's da vorher die Möglichkeit per E-Mail, per Telefon das zu kommunizieren? Ja. Der Regisseur hat sich gerade gedacht, das wäre gut. Ja, nee, der Regisseur, dem war ja alles egal. Ja, na gut. So, es ist ja Zeit. Habe ich Hamburg-Altona gesehen, ein bisschen spazieren gegangen. Das war so ein bisschen… Sitz erstmal auf den Fahrtkosten. Der Regisseur, dem so ein bisschen mehr oder weniger alles egal ist, hatte ich mal beim Dreh erlebt, damals, als ich für eine, ich sag mal, eine große Suchmaschine im Internet gedreht habe. Alta Vista. Genau. Und da war es halt nämlich so, ich habe am Anfang gedacht, was hat der denn? Und da habe ich gedacht, naja, es ist halt nicht der erste Tag dieser Reihe. Das waren halt immer so eine einzelnen Bits, die dann halt da so eingeführt wurden im Spot. Oder auch Bytes. Oder Bytes. Und der war halt immer so passiv und hat da so ein bisschen grob das gesagt, was eh schon halt im Treatment, beziehungsweise was halt da im Drehplan stand, den er ja selber nicht erstellt hatte. Und dann dachte ich so, was soll denn das? Und dann habe ich gemerkt, nach dem ersten Take, beziehungsweise nach der ersten Einstellung, die wir so probiert hatten, dass dann halt aus dem Nebenraum der stellvertretende Assistent des Kundenstamms war. Und meinte, guys, wonderful, excellent. Und holt so ein Clipboard vor, but. Und liest dann halt einfach so eine Liste von Punkten auf, die geändert werden müssen. Und dann saß du den Regisseur an und dann hast du richtig gemerkt, deswegen. Der ist halt innerlich schon tot und er meint, yeah, whatever he said. So was. Und dann hat er die ganze Zeit nur über seine neuen Glow-in-the-Dark-Schuhe geredet. Oder über irgendwelche Clubs, die er jetzt bei dem Berlin-Besuch, ich glaube, der kam aus Schweden, gerade genoss. Mit seinen Glow-in-the-Dark-Schuhen. Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar, verstehe. Und dann war es aber auch gar nicht mehr schlimm, weil der hat nur noch darauf geachtet, dass die Liste abgearbeitet wird. Und dem war auch total egal, dass mein, beispielsweise auch eine ganz bizarre Situation, dass mein Spielpartner halt einfach den Text nicht vorbereitet hat. Also beim Dreh, also bei der Buchung, wo du denkst, das könnte ja den Kopf kosten. Also wenn der nicht so entspannt wäre und dem scheißegal wäre und der Kunde nicht erstmal sieht, ist das richtig, ist das falsch. Und dann so alles runtergebrochen wurde, dass der nur noch Ja und Nein sagt und ich seinen Text spreche, weil der, wir hatten auch, glaube ich, zwei Recalls. Und der dann beim zweiten Recall hat der Regisseur mal probiert, mit uns zu improvisieren. Und das war der letzte Stand, den der Schauspieler sich gemerkt hat. Er hat gesagt, ey, wir haben uns beim letzten Mal getroffen, wir haben improvisiert, warum machen wir das jetzt nicht? Und er meinte, weil wir nicht wissen, was passiert. Ja, aber das haben wir letztes Mal gemacht. Das ist ein, naja. Ja, das habe ich auch schon mal erzählt mit dem australischen Regisseur, der auch immer nur schulterzuckend zu uns ging und meinte, ja, von mir aus gut. Aber the fuck do I know? Und dann immer auf die dumme Ansage vom Kunden gewartet hat. Ja, schon ganz gut, aber kannst du das Tablet, weil wir haben es bisher immer nur mit Daumen und Zeigefinger bedient gesehen, vielleicht mit dem Ringfinger bedienen? Das würden wir gerne nochmal sehen. Also du weißt ja auch, was das dann schauspielerisch bedeutet, beziehungsweise für den Regisseur, den Schauspieler zu führen, wenn er so eine Detailwichse kriegt, die halt echt nicht wirklich groß relevant für die Szene oder für die Figuren, Anführungszeichen, ist. Ja, es ist halt nur, um noch was zu sagen. Ja, genau. Ich bin im Vorstand, ich gucke mir das hier nicht nur an, Kollegen, ich sage auch was. Ja, aber es ist gar nicht ihr mit hier, sie kennen sich gar nicht aus. Ich habe bei meinem Haus auch was gesagt. Gut, ich kriege das Tor nicht auf, aber ich habe was gesagt. Ja, ich kriege das Tor nicht auf und das Wohnzimmer ist gefließt, aber. Oh, Wohnzimmerfließen, das ist ja gar nicht mal so selten. Also, was wir wissen, das hatte ich mal gelesen, Fliesenleger aus dem Raum Stuttgart, der halt auch so große Balkonfliesen und sowas macht, arbeitet nicht mehr für Leute, die bei Mercedes sind. Der meint, das sind alles solche arroganten, dummen, unqualifizierten Arschlöcher, das lohnt sich nicht. Also, es ist halt jedes Mal irgendwie so Leute aus der Chefabteilung von Mercedes, wenn die, weil die ziehen halt alle dann in die gleiche Stadt da. Also, es ist halt so ein Vorort von Stuttgart oder so ein Dorf, so ein Trabantendorf bei Stuttgart. Ja, mehr oder weniger halt mit Mercedes-Ingenieuren und die wollen dann halt alle ihren Balkon oder das Bad neu gemacht bekommen. Alles schwarz, klar. Ja, und dann sagt er halt, nee, mach ich nicht mehr, nicht für euch, das lohnt den Aufwand nicht. Und die so, ja, aber wir würden auch mehr zahlen. Nein, ihr seid alles unqualifizierte Idioten, durch die Bank weg. Dann meinte ich, haben auch schon mehrere Leute von Mercedes angerufen und meinten so, danke, danke, dass es mal jemand gesagt hat. Das erinnert mich ein bisschen an Hoffi, Kumpel aus Hannover oder bei Hannover, der gelernter Fliesenleger ist, aber gar nicht mehr an dem Job arbeitet, offiziell. Er arbeitet in einer Behindertenwerkstatt, aber der hat halt privat, weil man dann halt auch schnell gutes Geld macht. Also, er meinte, es ist halt immer noch anstrengender Scheiß, aber er kriegt es halt schnell hin. Er ist halt gut. Und dann hat er mal zeitweise erzählt früher, wie viel der jetzt schwarz gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwelche Partykeller, irgendwas, was man nicht sieht. Und dann meinte er, Alter, es sind Autohäuser, komplett mit einem Kumpel gefließt worden, wo dann halt echt, also, wo du sagst von Dingen, das ist ein offizielles Unternehmen oder eine Reihe oder Franchise, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sieht man das so. Und das ist dann halt alles schwarz geknallt. So, und dachte, wie macht man das? Wie erklärt man das? Also, auch bei Steuerprofen wird dann gefragt, wie haben sie diese Räumlichkeiten übernommen? Ja, gefließt. Ja, stimmt, muss ja, gibt ja keine Unterlagen darüber, dass irgendwie… Ja, selbst gefließt. Ja, genau. Hab erstmal die Fliesen selbst gebrannt. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob er dann so sagen kann, ja, ich kann das gar nicht schlecht und der Steuerberater will dann nicht testweise sehen, wie du Fliese legst oder so. So wie damals die Bitch in der Lampe, wo die Dinger dann immer runtergefallen sind. Ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe. Du hast den Fliesenkleber irgendwie dagegen geschlotzt und nicht gekämmt oder was. Man hat vorher keine Abmaße gehalten, einfach nur gegengedrückt. Und surprise, das Ding trocknet durch und fällt ab. Ja, das ist aber Fliesenkleber. Ja, aber auch der will Grundlagen… Ja, nehmen wir ein bisschen Tape, also… Ja. Gibt's Fliesentacker? Apropos Fliesen. Ich hatte ja gestern mal eine Wohnungsabnahme. Ich füge das kurz mal ein, weil wir griften jetzt so ein bisschen. Und ich hatte so ein bisschen Schiss zum Schluss, dass ich verhumst wurde, so, weil das war halt dann echt eine schnelle Katze, da. Also wir waren in den Räumlichkeiten, dann gab es, also die haben das ganz geil mit so einer App, dass die halt alles aufnehmen. Ich habe eigentlich nur mit dem Techniker erstmal gequatscht, was ist, wenn ich demnächst noch was finde. So, weil wir hatten, also beziehungsweise die hatten keine Zeit. Ich habe mich vorher erkundigt, eigentlich kann eine Abnahme halt auch einfach stundenlang dauern, weil der zukünftige Mieter bestimmt die Zeit. War gestern mal nicht so, war mal bei einer 80 Quadratmeter Wohnung. 20 Minuten mit Keller. Bisschen knapp. Und dabei habe ich bestimmt eine Viertelstunde mit dem Typen geredet. Und dann ist halt eine Sache passiert, das Badezimmer hat kein Fenster. Natürlich sind noch keine Lampen an der Deck, beziehungsweise leuchten. Das war dunkel. Und sie hat dann halt da grob mal ein Foto gemacht. Ich weiß nicht, ob es die geblitzt oder nicht. Ich war da gar nicht drin. Und zum Schluss habe ich dann schön meinen Haken drunter gesetzt und dann alles gut. Dann waren die raus. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt machst du es für dich und machst du alles auf. Ich habe ein paar Sachen gefunden. Manche sah, manche dachte ich, okay, einfach nur das. Fugen oder, also was Kleines? Fugen oder? Was Fugen? Nein, aber im Bad. Was meinst du mit? Weil du meinst, was Kleines war irgendwas an den Fugen? Nein, ich habe generell in der ganzen Wohnung ein paar Kleinigkeiten gefunden. Und im Badezimmer, ja, da war halt so ein bisschen Schimmel hier und da. Da habe ich gedacht, gut, weiß nicht, haben die gesagt, das ist alles okay. Aber im Vertrag steht ganz klar, ich darf nicht Fliesen anbohren. Genauso wie Fensterrahmen und halt Türrahmen, da darf ich nichts dran rumbohren. Ich habe mal alle Bohrungen im Badezimmer gezählt, die entweder an oder in einer Fliese sind. Also an ist ja mit dem Fugenbereich und tatsächlich in. Also das habe ich selten gesehen, dass jemand durch die Fliese gebohrt hat. Und ich habe insgesamt 65 Bohrungen gezählt. 65? Ja, das ist wie ein Schweizer Käse. Was haben die denn da gebohrt? Also ich meine, ich weiß nicht. An den Bücherregal ins Bad gebohrt? Das ist nicht so groß, das Bad. Und wenn du halt die Waschmaschine hinstellst, dann ist das so die einzige Auflagefläche, außer du hast irgendwelche Regale an der Wand. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die halt dann viele Badezimmerregale, also das Bizarre ist heutzutage mit Spreizklemmdinger oder Klebesaughaar. Also es gibt ja tausend Sachen, die du nicht bohren musst. So gerade auf glatter Ebene so. Und das sind natürlich vom Vor- und Vormieter, du siehst halt auch, wie die ganzen einzelnen Spachtelversuche dann halt unterschiedlich funktioniert haben, beziehungsweise dann halt auch ausgetrocknet, Schmutz drauf. Also siehst halt, das sind verschiedene Epochen. Das ist nicht alles ein Vormieter gewesen. Aber generell habe ich der ganz nervös geschrieben und habe bis jetzt noch nichts gekriegt. Weil wenn ich nicht da irgendwann ausziehen sollte und dann heißt es, sie dürfen ja nicht bohren, was ist da los? Weil dann ist ja die Konsequenz, wir fließen das Bad neu. Bei 65 Bohrungen können wir jetzt nicht sagen, gut, machen wir ein Auge zu. Das ist, also da sind halt vier Wände und drei sind halt durchlöchert. So 65 Bohrungen. Ja, da war mir ein bisschen anders danach. Hast du jetzt schon Feedback dann bekommen von ihr? Nee, weil ich wusste jetzt nicht, dass es so Zeit mehr ist. Sie meinte, wenn sie irgendwas haben, rufen sie mich an. Bloß nicht die nächsten drei Wochen, da bin ich in Mexiko im Urlaub. Hola, das ist Spanisch, ciao. Und das waren so ihre letzten Worte. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann wird die wahrscheinlich Anfang nächsten Monat oder keine Ahnung, nächste Woche dann weg sein. Ich habe dir halt gestern Nacht noch geschrieben. Ich habe keine Reaktion gekriegt. Ich meine, das Gute ist, ich habe ihr geschrieben, ich habe Fotos geschickt. Das ist ja halt alles quasi im Verlauf dokumentiert, dass ich Datum, Uhrzeit, das kommentiert habe. Ich habe nicht gesagt, ich würde gerne noch etwas ändern. Du hast ja auch Fotos gemacht. Genau. Ich habe hier halt auch einen Anhang, so ein, zwei. Ich habe gesagt, ich hänge jetzt nicht alle Fotos, weil das ist langweilig. Aber ich habe halt mir auch einen Google-Ordner aufgestellt mit dem ganzen Fotoscheiß. Die Sache ist zum Beispiel halt auch, da steht auch drauf im Vertrag, ich weiß nicht, ob die mal Probleme mit hatten, dass man kein Styropor irgendwie verkleiden darf, irgendwo sowas. Das hat halt dann auch brandschutztechnische Hintergründe und so, weil Styropor ist ja echt das Wumm, das ist ja ein Beschleuniger. Und es gibt halt im Wohnzimmer, wo dein Balkon ist, in der Ecke so ein kleines, schmales Fenster, rechteckig hoch und da drüber noch so ein ganz kleines Oberlicht. Und die Aussparung für die Fenster, weil die sind so eingelassen im Mauerwerk, die sind einmal ringsum gedämmt quasi mit Styropor. Und ich auch denke, wer hat das gemacht und wie ist das drin, wenn ich das nicht offiziell machen darf? Also, stört mich ja nicht. Ich will das halt einfach nur kommentiert oder vermerkt haben, dass von wegen, ich darf das nicht machen, aber das ist drin. Sie stehen auch auf Styropor. Am Anfang war dann halt auch irgendwie stand im Vertrag, der Boden, bla bla, ist beispielsweise mit Parkett ausgelegt. Und dann habe ich gesagt, ich war bei der Wohnungsbesichtigung drin, da ist Parkettoptik, das ist PVC. Ach ja, also wenn es Ihnen so wichtig ist, können Sie das natürlich streiten. Das ist aber eine gute Parkettoptik. Also mich hat es getäuscht. Da habe ich auch gedacht, wie geil wäre das, wenn ich das unterschreibe. Und dann heißt es am Schluss, alles klar, das Badezimmer ist komplett durchlechert. Sie haben hier PVC reingelegt, obwohl hier Laminat drin war. Aber das Styropor lenkt ein bisschen nach und nach an den Wänden. Weil das klingt alles so danach. Natürlich, also sie waren echt freundlich und alles. Und das ist halt auch kein Eigentümer, sondern eine Genossenschaft. Das heißt es schon mal wie so eine andere. Aber ich will halt, ich weiß nicht, ich will mich halt eigentlich nur rechtlich absichern. Klar, wenn man so zwischenmenschlich so kommuniziert, sagt, hey, alles gut, beruhig dich. Ja, aber das ist halt immer. Genau, einfach nur auf Papier haben. Ich habe auch gesagt, ich will da ja nichts geändert haben. Das Einzige nur, ich habe zum Beispiel, ich habe auch, also das habe ich noch nie gemacht. Ich bin eine Stunde durch die Wohnung, habe alle Türen, Fenster auf Kipp, auf Eck, alles gedreht, gewackelt. Jede Türklinke ein bisschen rumgewackelt. Und dann hatte ich irgendwann, habe ich den Kaltwasserzulauf im Badezimmer aufgedreht, zugedreht. Und beim Zudrehen merke ich so, so ein bisschen, wenn ich mit dem Finger gegen komme, wackelt der so ein bisschen. Da habe ich mit Daumen und Zeigefinger so gehalten, habe so ein bisschen gewackelt. Flupp, hatte ich den Griff in der Hand. Da habe ich auch gesagt, es muss nichts geändert werden, aber den Griff. Also ich sehe halt auch zwei Schrauben. Ich kann es versuchen die selber, aber wenn das halt irgendwie ein Spezialwerkzeug, sonst was nicht. Oder wenn das Gewinde durch ist. Genau, ich vergnieße gerade da irgendwas. Ja, bei mir ist ja auch, der Wasserzulauf der Waschmaschine lässt sich nicht abdrehen. Also die ist die ganze Zeit on. Nein, du kannst sie nicht schließen. Ja, ja, das ist eigentlich on. Also die ganze Zeit kommt Wasser raus. Nein, es kommt kein Wasser raus und die Waschmaschine zieht nichts. Aber wenn ich die Waschmaschine abnehme, läuft es. Naja, das meine ich. Also der Zulauf ist offen, aber du hast, keine Ahnung, wahrscheinlich eine moderne Waschmaschine mit einem Wasserstopp. Genau, und ich muss dann halt den Hauptwasserhahn zumachen. Aber ich meine, ich nehme mir im Bad. Aber ich dachte, davon spreche ich mal gerade. Du hast einen Wasserzulauf für die Waschmaschine? Und auch einen separaten Wasserzulauf. Ah, okay. Also genau, es ist kein Problem, aber natürlich ist es halt irgendwann mal ein Problem. Ja. Aber ich meine, wie oft nimmt man seine Waschmaschine vom Netz? Das ist halt so eine Sache. Ja, naja gut, ne? Ja. Dazu, ja. Und da war ich dann halt so ein bisschen kribbelig. So, bist du jetzt so alleine in der Wohnung in der neuen Stadt und denkst so, äh, äh, äh. Jemand hat durchs Park gebohrt. Ja. Vor allem so ein Guckloch auf Hodenhöhe. Ja, das stimmt. Ja, aber wir sind jetzt schon wieder total weit weg von den Casting- und Kurzfilmgeschichten oder generell Filmgeschichten. Ich kann ja mal, ich bin ja manchmal nicht bei Filmen überrascht. Also Kurzfilm, wenn du ans Set kommst, wie viele Leute sie doch in der Crew haben und wie lange sie sowas geplant haben. Und wie ungeplant das am Ende ist. Ah, du meinst jetzt, äh, Dreh oder? Ja. Ja. Also ich kann ja mal sagen, äh, konkret dieser Film mit der, mit der Kampfszene, mit den Krücken. Oh. Wo ich mitgespielt habe. Das, äh, Musical. Also jedenfalls die Szenen waren für mich so ein bisschen. Ja, ja natürlich, weil wir halt mit echten Krücken aufeinander einschlagen sollten. Und das kannst du halt, du kannst halt nicht durchziehen. Also das ist halt auch anders als ein Bühnenflorett, was wir zum Bühnenfechten genutzt haben, auch wenn die Performance ähnlich ist. Du kannst ja auch gar keine richtige, also du kannst eine Choreografie schaffen, aber keine, die so echt aussieht, als wenn man richtige Stunt, äh, Stuntmänner, beziehungsweise auch Stunt-Werkzeuge hätte. Ja. Also, und halt, ich meine, also mit dem Florett bei uns, weißt du ja, wenn du da mal die Klinge abbekommen hast, wenn es mal ausrutschte, ja, hat halt wehgetan. Oder ein Knauf auf der Stirn. Ja, komm, redet ja immer noch davon. Eine Platzwunde, hatte ich eine Platzwunde. Und trotzdem habe ich dich mitgenommen ins Kuhdorf. Ja. Da habe ich dir, glaube ich, irgendwie Kopfnuss gegeben, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte, ne? Also nicht. Und dann bin ich von der Bühne gefallen. Und du hinterhergesprungen. Von der Bühne, sage ich jetzt, von der Bar. Wir haben auch, es ist, ja, Platz, ne? Ja, ja, und dann standen wir auf dem Tresen im Kuhdorf. Das Krasse ist, ich war so unter Adrenalin. Ich weiß nicht mehr, wie ich von der Bühne, also, weil ich bin ja auch nicht so von der, von der Bühne, vom Tresen gefallen, dass ich quasi erst auf die Füße aufkomme und mich dann abrolle oder sowas. Sondern halt irgendwie entweder rechte oder linke Schulter oder im Arsch aufgekommen. Und es war alles okay. Weil um dich herum waren ja halt irgendwelche voll besoffenen 16-Jährigen. Wie auf Malle, ey. Ja. Aber, also, auf jeden Fall, weil ich ja zuerst mal halt dieses Sicherheitsding mit den Krücken aufeinander einzudreschen. Weil ich auch immer meinte, ich musste es schon zurücknehmen. Also, mein Kollege da, der wäre viel weitergegangen. Wo ich auch meinte, das ist nicht safe, das machen wir nicht, das können wir nicht machen. Ja. Das ist auch so eine Ego-Scheiße, dass jemand denkt von denen, nee, komm, es kriege ich hin, es kriege ich hin. Ich denke, das wird professionell nie so gemacht. Ja. Also, auch Jackie Chan und sonst was und Co., die kloppen sich, wenn Stöcke sind, dann sind das echt gepolsterte Dinge. Ja, natürlich. Und auch das tut weh, weil die müssen durchziehen. Ich habe gerade zum Witcher, habe ich was gesehen zu den Extras. Die haben natürlich auch Gummischwerter. Ja. Und sogar welche, die nur so halblang sind. Okay. Und da wird halt die Restlänge der Klinge ersetzt, dann digital. Ah, okay. Und so kannst du halt auch durch Leute durchgehen. Ah, okay. Also, halt super Prinzip. Ja, naja, und entsprechend chaotisch sind ja die Kampfszenen aus, aber die haben halt jahrelang irgendwie in diesem Skript geplant. Ja. Zu dritt, Kameraproduktion und Regie. Und die haben da wirklich Monate ihres Lebens damit verbracht, um halt so was Halbgares, komplett Ungeplantes auf die Beine zu stellen. Und auch, was für einen Aufwand hatten sie ein Kostüm-Department. Also, sie haben wirklich Leute daran geschafft und alle kamen dann an und dachten so, oh Gott, dafür. Und dann halt auch wieder dieses typische Kurzfilm-Ding, nee, wir bauen nur nochmal kurzes Licht um. Und du kommst um, also es fing halt auch wieder an, das ist ja auch, weiß man, also wir wissen es ja, aber als Schauspieler ist es vollkommen unnötig, dass du der Erste am Set bist. Ich weiß das auch immer, wenn du. Aber es kommt so oft vor. Ja. Wenn du halt einen Plan kriegst, wenn du einen Plan kriegst bei so Kurzfilm-Drehen und dann von wegen, ja, morgen geht es dann und dann los und du siehst, du kommst mit der Technik an. Dass du echt dann sofort sagst, ey, ich komme eine Stunde im Spiel. Ja, wieso denn? Sind doch alle dann da. Nee, aber wir fangen dann direkt an. Du gehst direkt in die Maske und dann, ja, also steht sieben da, aber sieben und dreißig spätestens fangen wir an. Und da war es halt regelmäßig so irgendwie. Ja, und dann zwei Tage woanders. Und ich glaube echt um acht oder so waren wir da und um 13, 14 Uhr war die erste Aufnahme. Alter. Wurde auch halt so, das ist, ihr macht euch halt auch selber den Film kaputt. Ja. Damit, mit der Scheiße. Und dann halt auch, auch wieder sowas, wo dann halt über alle, wie gesagt, ja monatelang geplant, über alles, was sie geplant hatten, wurde nochmal diskutiert am Set. Auch super. Komm, wir machen mal das jetzt. Und halt so, ja, wir haben drei Stunden Verzug. Nee, wir müssen jetzt da noch ein Licht aufbauen, draußen. Ja. Bei Tageslicht. Wir brauchen unbedingt noch eine Spitze von hinten, die wir so minimal im Bild sehen. Dauert nur eine Stunde. So, ey, es ist nicht, nur weil ihr es im Wagen habt, müsst ihr es halt jetzt nicht benutzen. Das fand ich geil beim Abelio-Dreh. Das hat mich am Anfang sehr kribbelig gemacht, weil die sich untereinander, also das ganze Technikteam, sehr gut kennen. Also auch befreundet sind, war das halt so, nicht das, was man am Set hat. Am Set hat man keine Demokratie, sondern eine Hierarchie. Und dann war dann halt einfach der Regisseur, der meinte, alles klar, passt, so geht. Und dann irgendwer, also viele Departments haben sich überschnitten und viele haben doppelt irgendwas gemacht, was ja auch immer ein bisschen schwierig ist. Und irgendwann meinte er als... Ich habe ein Kostüm ins Catering geworfen. Genau. Als Kameraassistent, hier, guck mal, da kommt noch von der Seite, könnt ihr mal noch ein schönes Licht... Nee, das passt jetzt erst. Er geht, also wir haben eben im Zug gedreht, er geht halt raus und baut noch was auf. Es quietscht schon irgendwas. Alles klar, Kamera läuft und ich so, was ist mit dem Ton? Und der Ton sagt, ja, also ich höre natürlich draußen jetzt das Quietschen, ne? Und irgendwer fängt an zu schreien, hör auf! Und er winkt nur ab von wegen, ey, komm, ich gebe Ihnen jetzt doch das Licht, ich gebe Ihnen jetzt doch das Licht. Das Ergebnis war, dass halt die Assistenz, die draußen am Licht gebastelt hat, dann den Laden geführt hat. Also nicht geführt, aber in dem Moment regiert. Der Regisseur hat dann gesagt, ja gut, ich will jetzt die Stimmung auch nicht kippen, deswegen halte ich es aus. Ich kenne das oft von Beleuchtern. Beleuchter sind oft halt so richtig penetrant und basteln halt auch noch, nachdem schon gedreht wurde, am Shot rum. Aber dass man dann vorher nicht sagt, okay, wir kennen uns, aber hier führe ich das. Das ist nicht böse gemeint, sondern das sind die Basics vom Filmdreh. Vor allem, solange wir noch kein Take gemacht haben, baut noch. Aber dann ist Schluss. Also dann wird nicht irgendwie, ja, für den dritten Take stimmt das Licht jetzt. Und auch mit der Continuity. Die ersten beiden könnt ihr eigentlich wegwerfen. Ja, dann macht es halt vorher. Es gab so eine Folge, eine Szene in diesem Parkaufsichtsfilm, wo ich verfolgt wurde mit der Kamera. Und ich dachte, okay, also jemand rennt hinter mir her mit der Kamera. Ich dachte, okay, bei den Proben hatten sie immer einen Gimbal dabei. Also den, den ich auch habe tatsächlich, passt halt eine kleine Spiegel-Flexkamera drauf von der Größe. Und du kriegst aber wirklich butterweiche Aufnahmen hin. So. Und dann dachte ich, ja, okay, dann haben sie den halt am Set. Und am Set hatten sie den nicht dabei. Weil ich, meine Theorie ist, dass sie es nicht geschafft haben, den einzurichten. Wie, den einzurichten? Nein, du kannst ja nicht einfach die Kamera raufsetzen und den einschalten und das funktioniert. Sondern du musst das Gewicht ein bisschen austarieren. Also der darf nicht das maximale Kameragewicht tragen in jeder Bewegung, sonst kommt er mit der Drehung nicht hinterher. Okay. Also du musst den Schwerpunkt der Kamera, der nicht immer gleich ist, weil das Objektiv anders aufgebaut ist, musst du halt richtig da einsetzen. Aber wie viele verschiedene Objektive nutzt man denn dann? Ja, die hatten generell nur eins. Also hätte man das sich schon vorher... Also entweder haben sie es nicht geschafft, das einzurichten oder aber sie haben nicht getestet, weil der Gimbal ist halt klein für kleinere Kameras, ob der das Gewicht von ihrer Kamera und dem Objektiv trägt. Auf jeden Fall haben sie es dann an so einem 30-Euro-Plastik-Stativ die Kamera raufgemacht. Und der Kameramann hatte die in der Hand wie an einem Stab, was man halt früher so als Billiglösung dafür gemacht hat. Aber es ist halt vollkommen unnötig, weil ich weiß es ja auch, weil ich den Gimbal habe, der kostet halt 500 Euro. Den kaufst du einmal und dann hast du eine wirklich gute Anschaffung gemacht für stabile, filmische Bilder. Ist das Ding schon eigentlich durch? Also ich meine, ist schon was zu sehen? Ja, Ende Januar werden die auf jeden Fall vertreten. Aber bei mir hat sich keiner mehr gemeldet. Ich bin am Set dann rausgetickt. Echt? Ja. Ich bin ja wirklich die Seelenruhe in Person, das auch viel Dirk Lach zustimmt. Ja, du siehst aus wie eine von diesen Figuren auf den Osterinseln. Bist du dann halt plötzlich einfach nur, also entweder guckst du die ganze Zeit wie, ich hasse euch, oder du fängst an zu schreien. Nee, also auf jeden Fall ging es halt darum, wir haben auch zweimal geprobt für die Choreo. Komm, reicht, reicht. Das ist die Choreo. Das kann dein Körper ja so. Die Weiße hat auch nicht lang, das ging schon. Die wir natürlich dann komplett über den Haufen werfen mussten, weil nichts stimmte an der tatsächlichen Location. Wir mussten es dann die Treppe runter machen und dann alles improvisieren und nichts funktionierte. Ihr habt die Treppe runter gemacht? Ja. Äh. Groß. Kudung, kudung, kudung. Darf ich mal zum Arzt gehen? Es muss weich sein wie ein Slinky. Ich verdau die Hülsenfrüchte nicht so, die sind bei mir, die jockern so durch. Ja, weil du die Kokosnuss mit Schale isst. Aha. Ich leck sie. Schöner Gruß an unsere ehemalige Kommitoren. Gleich bin ich immer so eine Kokosmatte mit jemandem besonderen. Das fällt mir fast ein Vibrator aus. Der Hoden ist auch so. Also blöde Wandspiele. Ja, was man als so eine Hosentasche hat, ein Vibrator und einen Hoden. Weißt du, was wir gerade einschirren? Ando, ich muss noch ganz kurz sagen, wenn es mir einfällt überhaupt, was ich sagen wollte. Soll ich es kurz einschieben und du fährst dann ein? Das wollen wir doch mal sehen. Sag du mir nicht, was mir einfällt. Hast schon wieder das gute Set, das gute Set-Tempo, was du brauchst. Ich wollte gerade sagen, ach, das war, ja, ja. Bei mir hat es eben geklingelt und dann von wegen, ja, Post, ist ja alles klar. Nee, nee, richtige Post, normale Post. Und dann meinte ich so an der G-Sprache, okay. Ja, aber ich habe ein Päckchen. Ja, okay, können Sie mir entgegenkommen? Da habe ich gedacht, das fand ich so lieb. Habe ich halt gemacht, die hat sich ja tausendmal bedankt. Da habe ich gedacht, ey, was das für Zeit sparen würde, wenn halt DHL oder sonst was, weil eigentlich in der Regel schafft man das, zu sagen, ja, Alter, ich komme dir entgegen, klar. So, weil manchmal ist er ja auch ganz traurig, dass er halt irgendwie sieben Treppen hochrennt und dann reicht er dir halt irgendwas, was nicht schwerer ist als ein Bleistift oder so. Also, die Bank da draußen, die hat er ja auch gebracht, unser DHL-Bote. Echt? Ja. Wie verschifft man denn das? So, der meinte auch. Das kostet 50 Euro, oder? Ich habe ihn irgendwie getroffen, ich kam gerade von Juki und dann meinte ich so, irgendwas Schweres bekomme ich von dir. Und er guckt mich so an und so, ja, dein Sofa kommt heute. Und ich so, hm. Bei Dortmund haben wir gesagt, das ist eine Kommode. Die ist flach, die passt auf jeden Fall easy vors Fenster im Schlafzimmer. Das ist doch so eine alte Friesenbank und keine Kommode oder ein Sofa. Ja. Dortmund hat aber auch ein Möbelhaus studiert. Und dann, die war halt in so Luftpolsterfolie eingepackt. Und er meinte halt auch so, ey, mein ganzer Wagen ist nur voll mit dem Scheiß. Und er muss halt die ganze Zeit so drum rum tänzeln, weil das hat den ganzen Gang verstopft. Aber was mich viel mehr interessiert, wie teuer ist es bei der Post, bei DRL? Ich weiß es nicht, dass das geht überhaupt, dass du DRL sagen kannst, ja hier. Ich meine, die haben das doch abgeholt. Der ist damit ja nicht zur Filiale gelaufen. Ja, hundertprozentig, ja. Und dieser ganze, also wenn du überlegst, dass halt irgendwie manchmal so ein Buch, was man privat an ein paar Bücher in so eine Kiste verschickt, 14,95 kostet, weil das dann über 800 Gramm wiegt. Das ist doch sperrig, groß, schwer. Also ich würde mir sagen, so schwer ist es gar nicht tatsächlich. Aber ich musste dann halt auch runter und wir haben es dann zu zweit hoch. Ja, meinst du, der hat 50 Euro dafür gezahlt? Nein, wahrscheinlich. Sicherlich. Ein Brief kostet ja 90 Cent, ein normaler. 90 Cent, der hätte mir 90 Pfennig gekostet. Der hätte mir 49 Pfennig gekostet. Gott, Gott, das waren Zeiten. Zurück in die Höcke-Jugend, falls du das mitbekommen hast. Nee. Die AfD, die junge Alternative Sachsen nennt sich ironisch, ich mache Anführungszeichen, Höcke-Jugend. Ich musste gerade Dörks Mikro ausdrehen, weil er so laut gelacht hat, weil er den Witz verstanden hat. Ja, cool auf jeden Fall. Also cool. Das ist aber meine zweite Idee für die Folge. Wir lesen die Auschwitz-Kommentare vor. Keine Frage. Ich lande manchmal im deutschen Twitter und das führt echt in Abgründe. Alter. Da darf man nicht. Na, beziehungsweise, das ändert ja, also du bist ja dann irgendwann in so einem konstant gelähmt frustrierten Zustand. Ja. Also es ist ja nicht von wegen, dass du sagst, wow, das ist krass. Ich lese jetzt mal den Spiegel. Oder so. Also, die Kommentare hat auch, also, ja, aber, da hat er aber schön verschwiegen, die Jahrtausende, in denen die Juden uns unterdrückt haben. Freunde, Freunde, Freunde. Ja, Freunde wohl weniger. Naja. Apropos Wutausbruch. Naja, und wir hatten halt auf der Probe gesprochen, weil meine Figur, der Parkscheinwächter, nimmt Münzen in den Mund und spuckt sie dann aus. So. Dann hieß es halt, Sebastian, würdest du es machen? Nicht so, ja, wenn die Münzen richtig gewaschen sind, dann können wir das schon machen. Und was, aber ich meine, das kannst ja nicht, kannst ja nicht einfach mal ein bisschen Mineralwasser rüberlaufen und in die Hände reiben. Nein, wir hatten ja auch nur Innenlocation. Also wir konnten die spülen, das waren keine echten Münzen, das waren so Plastikreplika, die frisch aufgemacht waren. Ja, okay. Eben. Also ich würde sagen, gib mir die in die Hand, ich mach die sauber. Ja, wir hatten es dann auch und dann, wir haben die halt so ein bisschen benutzt als Requisiter, aber mit denen ist halt nicht viel gemacht worden. Also haben wir halt während der Probe drüber geredet. Und so, ja, naja, spült die halt ab und dann hab ich halt so ein bisschen Plastik im Mund und spuck's aus. Also ich ess die ja auch nicht, sondern spuck die dann gleich wieder aus. Und dann war es halt am Set. Sebastian, wir halt im letzten Tag und diese Stunden in Verzug und Sebastian, ähm, Klaus meine ich, Klaus, 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 warum nehmen wir nicht Sebastian? Pimmelweg 15, nichts anderes. Haha, 14. Und dann meinte sie, ja, naja, wir machen jetzt was mit den Münzen, ist das okay für dich? Ich so, ja, habt ihr die gewaschen? Nee, können wir aber jemanden schicken. Und das, das war der Moment, wo ich gesagt habe, Alter, wir sind hier so fucking im Verzug, ihr trödelt die ganze Zeit und wir haben darüber geredet. Und wenn ihr wisst, das steht jetzt an, dann wascht die ab, schickt jemanden oder gebt mir die in die Hand, dann wasch ich die ab. Aber das ist halt der falsche Moment, nachdem wir hier stundenlang auf irgendwelchen Scheiß warten, das auch noch so unnötig zu verzögern. Aber jetzt, aber jetzt konstruktiv. Es ist jetzt nicht von wegen, ihr seid dumm und ihr werdet niemals was werden, sondern es sind hier Punkte genannt, die wichtig sind. Und du redest jetzt ja nicht schlimmer, als wenn du beim professionellen Dreh bist und dann halt irgendwie mal unter Kinobedingungen oder große Werbedinger, dann hast du Aufnahmeleiter, die so mit anderen reden. Und die werden nur laut, aber reden halt Fakten von wegen, es kann nicht sein, dass du die ganze Zeit quatsch, bla bla bla, wir haben da hinten und das dauert, ihr könnt das vorbereiten, macht das jetzt so. Und das sind dann immer Hilfestellungen, die dann irgendwann emotional auch gebunden sind, weil der Zeitdruck ein bisschen hoch ist. Aber es ist ja nicht, du bist dumm und du wirst immer dumm sein, so wie deine dumme Familie oder sowas. Also ich meine, sowas, weißt du, wo du denkst. Das hatte ich auf dem T-Shirt stehen. Was für ein gutes T-Shirt wäre, du bist dumm, du wirst immer dumm sein, so wie deine dumme Familie. Ich habe ja das von Shameless, das T-Shirt mir geholt, was er, was wäre es, der Lip geholt hat, als er zum Rektor, oder trägt den ganzen Tag zufällig und dann sitzt er beim Rektor, hat so ein längeres Gespräch und versucht dem Rektor halt erklären, dass seine Brüder sowas nicht angestellt haben. Da steht halt nur drauf, fuck you, you fucking fuck, fuck. Das ist halt auch sehr melodisch dann. Ja, aber ich meine, das hilft ja im besten Fall. Ja. Ja, also ich meine, ihr habt es auch echt so formuliert, das ist so, ey, ihr macht euch euren eigenen Film auch kaputt. Ja. Wir haben da halt, ihr habt das Monate, weil ich denke, wie kannst du sowas Monate vorbereiten und das geht so. Ja. Also das ist halt lächerlich, das hatte die Produktionsprofessionalität von so einem 48-Stunden-Filmfestival. Ohne Filmerfahrung. Ja. Ja. Naja, vielleicht schon ein bisschen, aber wo du halt alles so aus dem Ärmel schütteln musst und du musst halt on the spot irgendwie denken, was als nächstes passiert. Und ihr habt nicht viel Zeit und so, weil die haben es halt über Monate, über Monate geplant. Das hat mich ein bisschen, als ich damals in München einen HFF-Abschlussfilm gedreht habe und dann hatte ich vorher halt nichtsdestotrotz, ja, ein paar Preise und ganz, und dann habe ich gedacht, okay, HFF München, so Knaller und super. Und als ich dann da war, war es schon komisch, weil die, ich sage mal, Produzentin, Autorin und Regisseurin meinte, oh, dass du mitmachst, ey, ich hätte das nicht gedacht. Und ich dachte, hä? War das das mit dem Fatsuit? Ja, genau. Okay. Ja. Da sind wahrscheinlich noch ganz viele Sachen, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Wurde das jemals fertig? Ich habe gehört, dass aus diesem Spielfilm, was der ursprünglich sein sollte, war dann halt so viel Scheiße, dass halt irgendwie so ein Siebenminütiger draus geschnitten wurde. Aber es hat niemand gesehen. Also was ich ganz schade finde, das war halt zum Beispiel auch das Regie, das Schauspieldebüt von damals einem, ich glaube, zwölf oder vierzehn Jahre alten Mädchen, so, die mit mir gespielt hat. Und die total aufgeregt war und die war total willens halt irgendwie Schauspiellufter zu schnappern, zu schnappern vor allen Dingen, zu schnuppern. Und gerade für sie, die hatte halt Einzelszenen mit mir und sowas, das wäre, wenn da halt coole Szenen dabei gewesen, wichtig für ihre Kinder- oder Jugendagentur, dass man so ein Material hat. Weil die hatte da halt nur so ein gebasteltes Interview mit dem Papa auf dem Sofa, was halt dann die ersten Sachenmeister sind. Ja, ja, ja. Aber wenn du dann irgendwann sagst, Alter, die hat schon richtig gespielt, dann gibt das scheiß Material. Dann ist mir egal, ob der Film fertig ist, dann gibt das Material. Und was will ich denn da erzählen? Auf jeden Fall war das so, das war so katastrophal, dass es relativ am Anfang schon so kippte, weil es war ja halt so, dass, es war ja so ein Zombiefilm. Und ich habe so einen dicken Nerd gespielt am Anfang, war die Geschichte, der dann, der die ganze Zeit erwartet hat, dass es halt einfach so einen Ausbruch der Zombiesäuche geben wird. Und er wurde wie andere auch irgendwie infiziert, aber aufgrund seiner Fettleibigkeit hat halt irgendwie, haben die Fettzellen gegen diesen Zombievirus halt gekämpft. Und das Ergebnis war, dass er in einer Art, in einer Art Koma fiel und zwei Jahre später aufwachte und war halt schlank, aber sah halt aus wie Robinson Crusoe und komplett in so einer komischen Glibberschittermasse. Und dann hatte ich halt auch nur noch so ein, so ein Laien, so ein Laiengeknödel um, als sah so ein bisschen aus wie der Jesus in das Leben des Brian. Und ich hatte halt, ich musste mich halt glatt rasieren für die Anfangsszene und habe dann halt so ein Fake-Bart reingekriegt und sowas. Und die wollten halt immer krassere Sachen und die hatten eine richtig gute Maske und die hat gesagt, von denen kann ich alles machen mit Vorbereitung, mit Zeit und mit Geld. Und dabei, nee, du musst klarkommen mit dem, was jetzt ist, sowas. Und dann hat er irgendwann einen Lauten gemacht, der war der erste Mal, alter Mädchen, entspann dich mal, du holst mich, weil du gute Arbeit hast. Witz, ich wollte hier Referenzen sammeln, die Idee ist super, aber so wird das ja gerade Chaos. Und der hat nach drei Tagen abgebrochen. Und da war es dann so, dass alles so zum Kippen raus sah und sie war total emotional und wurde halt von ihren Freund und Co-Produzenten immer in den Arm genommen. Nein, sie alle hassen mich, alle hassen mich. Und dann habe ich gesagt, wir müssen reden. Die hassen mich eh alle. Und dann habe ich versucht, das Ganze noch zu drücken und habe gesagt, du musst mit dem ganzen Team jetzt reden. Die spüren die Scheiße und die gehen davon aus, das war es, beziehungsweise sie geben alle 15 Prozent gerade. Was wahrscheinlich den sieben Minuten im Vergleich zum Spielfilm entspricht. Und dann habe ich dann halt dieses Gespräch angeführt, was mich total genervt hat, weil ich gemerkt habe, wenn du dabei bist und brennst und du merkst, das kippt gerade, weil die Produktion und Regie dann irgendwie sagen, ich weiß nicht. Das, was ich erst später erfahren habe, dass die halt schon aus dem Studium länger raus war und seit zweieinhalb Jahren als Bankkauffrau gearbeitet hat. Und wollte eigentlich einfach für sich privat endlich den Abschlussfilm machen. Und ich dann dachte, ach so. Nur für mich, dass ich es habe. Genau. Ich will es haben. Und natürlich waren alle, so wie ich auch, gelockt von HFF München Abschluss. Da haben alle gedacht, Alter, die hat es ja drauf. Also die Basis sowas. Als ich dann später mit einer anderen Kollegin von Nichte trotz telefoniert oder gesprochen habe und die meinte, das heißt gar nichts. Das ist leider so, dass halt echt da so viele durchrutschen und halt diesen Titel des HFF-Ding haben. Und ich komme leider nicht mehr auf den Kern genau, was ich sagen wollte. Ich kenne ja auch einen Kameramann von HFF, mit dem ich gearbeitet hatte. Er hat ja auch, es war in dem einen längeren Projekt, was ich gemacht habe, was ja auch voll in die Binsen gegangen ist, wegen eben dieses Kameramanns. Wir waren auch alle so, er kommt von der HFF und er hat auch schon ein paar Spielfilmreferenzen. Das war halt genau so eine Katastrophe von, ich verbringe jetzt mal sechs Stunden damit, drei Lichter aufzubauen, damit wir ja alle noch einen Tag haben. Und der Drehschluss heute war 20 Uhr, aber ich glaube, wir kriegen auch sechs hin. Also morgens. Gute Laune, Podcast heute. Aber du hast es ja gesagt, schräge Casting. Ja, es ist halt auch einfach, es passiert halt viel schräge Scheiße. Und wie oft hat man sich auch gesagt, nie wieder. Ja. Das ist jetzt das letzte Mal. Und dann ist Schluss. Das dachte ich auch immer bei diesem Detektivfilm, da hätte ich es eigentlich wissen müssen. Wo ich den Film Noir Detektiv gespielt habe, wo ich zwei Tage gefroren habe draußen. Ah, auf Oberhauernbrücke. Ja, Alter, das war auch wieder sowas. War das was? Wurde das was? Wurde der Film fertig? Der wurde fertig, ja. Konntest du ihn nutzen? Nee. Ich war auf der Oberhauernbrücke, wusste ich schon so, okay, nope, nope. Das ist halt auch schade, wenn du bei einer großen Produktion bist und denkst, ja geil, das wird bestimmt. Die haben die Oberhauernbrücke gesperrt, Freitagabend. Die hatten eine Lizenz und durften das blocken am Freitagabend. Das hat ein paar tausend Euro gekostet, easy. Wahnsinn. Und dann halt wirklich für so eine Aufnahme auch, wo sie mit einem Gimbal folgen, wo keine Sekunde draus brauchbar ist. Du siehst dann am Ende noch so einen Teil der Aufnahme im Film, die sie halt bei After Effects stabilisiert haben. Oh, das sieht halt zum Kotzen aus. Also so, wenn man Sachen zu sehr stabilisiert, dann neigt das halt dazu, dass man so ein bisschen sehkrank davon wird. Als ob der Bildschirm aus Gummi ist und das ist ein bisschen verzerrt. Weil eben, das wird jetzt der technische Ratgeber, weil die Bewegungsunschärfe ja noch drin ist. Auch wenn alles fix ist. Also Bewegungsunschärfe und Parallax bleiben halt drin. Das kriegst du nicht raus und dann sieht halt alles so ein bisschen schwummrig aus. Und das ist halt so zwei Sekunden aus diesem Tag drin. Und du hörst den Ton kaum. Der Ton kam auch am zweiten Tag nicht mehr wieder. Ach, das hast du mir erzählt. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Podcast erzählt habe, aber ich muss es nochmal erzählen. Und dann haben wir den Ton in eine andere Kamera gespeist. Was, das heißt russisch Tonangeln am Set. Wenn du eine Kamera als Aufnahmerekorder benutzt. An sich nichts, also ich habe es schon mal gesehen, nicht das Gewöhnlichste. Aber ja, das wäre jetzt nicht das Ding gewesen. Und dann hat der Regisseur erst selber Ton geangelt. Ohne Kopfhörer. Genau, und dann war irgendwann der Kameraassistent. Es gab doch den Kommentar, ne? Ja, genau. Ne, nimm bitte die Kopfhörer ab. Ein guter Tonmann spürt den Ton. Also den letzten Teil habe ich hinzugefügt, aber das muss ja der Subtext gewesen sein. Alter. Hast du schon mal, wenn du gedacht hast, es ist halt Werbung und Kohle geht gerade, auch gesagt, nö, geh nicht hin? Ja. Also am häufigsten mag ich es bei E-Castings. Wo ich denke, ach, nee, nee. Ja. Also oft auch, wenn du halt siehst, die haben ein Studiocasting, casten bundesweit. Mache ich mir die Mühe, jetzt ein E-Casting mit vier Ansprechpartnern und einem Surfbrett zu machen. Ich habe nur irgendwas blinken sehen im Augenwinkel. Was mich ein bisschen ärgert, natürlich muss man so ein bisschen mitdenken, aber hier beim Barbarian-Casting, beziehungsweise, da war ja zum Beispiel, da ist ja, wie heißt der, Flo? Ich weiß nicht, wer er heißt. Ich kenne ihn nur als ein neues Freund. Ja, von Nadja, der, also das war ja ihre Idee und das wäre super, dass sie gesagt hat, von wegen, ey, wir packen den, weil der vom Theater kommt, so, kennt die Leute, wir packen den komplett in Maske und Kostüm und lassen den ein bisschen rumlaufen, schreien, mit dem Axt irgendwas zerschlagen, sowas. Und dann halt einfach so eine Stimmung verkaufen, anstatt zu sagen, ey, bewirb dich so. Und da habe ich gedacht, ach, stimmt. Aber gut, die haben ihn ja auch direkt angesprochen. Ach, das war? Er soll sich bewerben, ja, ja. Ach so, okay. Ja, nein, das ist. Ach so, ich dachte, er hätte sich beworben. Nee, 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 nee. Nein, das war keine Initiativbewerbung, die haben ihn angefragt. Aber wieso? Der war doch in keiner Agentur gar nichts. Wie ist das? Weil irgendeine Casterin ihn gesehen hat. Ach. Und dann ging er halt so über diese Cobra-Elf-Sachen und so und dann meinten sie, ja, der ist ja der richtige Typ für sowas. Ja. Aber das, also was mich halt so daran stört, ist dann macht halt das Casting nicht öffentlich. Ja. Also wenn das, das war ja offensichtlich auch die Vorgabe von Netflix zu sagen, das wird öffentlich gecastet, damit ihr einen breiteren Pool habt, aber da hat ja keiner in die Sachen reingesehen, die man hingeschickt hat. Ja, du hast ja gesagt, du konntest ja die... Ja, also im Leben nicht. Oder glaubst du, dass irgendjemand deine Sachen sich angeguckt hat und nur mal kurz drüber geschaut in der Nähe? Weil ich kenne ja auch eine Schauspielerin, die da mitspielt. Die, die so jung ist und so jung aussieht und so super dürr. Ach, die du bei diesem... Ja, bei dem Greenscreen. Porno-Ding halt ist da. Ja, Porno-Ding, ja, genau. Und es ist halt so, ja, natürlich ist sie da über Connections reingekommen und nicht, weil sie sich beworben hat für die Rolle einer krassen Barbarin. Ja. Also. Ja, das ist halt schade. Dann soll wenigstens halt eine Assistenz das anschauen. Also ich meine auch, wenn man sich... Ja, oder lasst es halt. Dann schreibt es halt gar nicht. Also ich meine, das ist hier die Alternative. Schreibt es halt einfach nicht aus. Ja. Macht es halt so, wie es immer macht und dann ist gut. Ich meine, das ist natürlich schade, aber beziehungsweise irgendwie wäre es ganz schön, wenn man dann den internationalen Produktionen das irgendwie kommunizieren kann. Dass man sagt von wegen, wenn ihr, ich weiß nicht, ob es in jedem Land ist so, aber wenn ihr es in Deutschland dann sagt von wegen, macht das öffentlich, dann werden das die Caster untereinander entscheiden. Ja. Und die werden sagen von wegen, Alter, ich habe hier einen Pool von zehn Leuten davon, sie sind acht richtig bekannt und die zwei könnten auch durch die Decke gehen. Damit machen wir das. Und außerdem kennt das die internationale Produktion gar nicht. Wenn man sagt von wegen, ey, die haben schon acht Taters gedreht, das ist doch egal, das wissen die auch gar nicht. Ist für die noch unbekannt. Und dann können wir doch machen. Ja, eben. Also ich meine, naja. Also da stört mich ja tatsächlich eher, dass ich es, also wenn du halt definitiv weißt, dass du da halt von der Arbeitsmethode kennst. Und du kennst ja auch noch jemanden, der da eingeladen wurde. Der Kumpel vom Puller, Sepp? War der da? Achso, ja, genau, genau, genau. Und der wurde ja auch angefragt. Ja, ich kenne auch noch eine, die angefragt wurde, die dann auch überhaupt nicht passt. Ja. Überhaupt nicht. Ja, aber der hatte halt Referenzen. Ja, eben. Also er hat halt große Kinodinger gemacht, sowas. Und ich glaube, war halt in der Serie von Boot drin. Und die habe ich übrigens irgendwie versucht anzufangen. Und ich glaube, in der ersten Minute oder zweiten Minute kommt dann halt irgendwie der Sohn von Ochsenknecht, fängt an zu reden. Der auch? Ja, der ist da halt, der ist Oberkalaun oder Kalaun. Den habe ich auf dem Weihnachtsmarkt gesehen. Einen von den Bratzen im Pelzmantel, im weißen Pelzmantel. Naja, und das konnte ich halt nicht sehen, weil der halt ja nicht wirklich richtig spielen kann. Also der setzt sich komplett auf sein bizarres Gesicht so. Ja. Und das fand ich so schön. Also das war halt, du hast das Gefühl, diese Szene am Set, die ist so gespickt von etablierten und von jetzt schon gekennzeichneten Newcomern. Naja. Also es war ganz komisch. So als wenn er ganz, und ich habe keine fünf Minuten geschafft. Weil das war halt so ein Gepimmel, so ein Ego-Gelichse. Ich hatte ja davor mit einem gedreht, auch für die Uferlabs oder Ufer-Elks, der da auch mitspielt. Ja. Der so eine markante Fresse hat. Ja, wir sind gleich. Ich muss auch pissen wie ein Elch, ey. Und der auch in meinem Set hat so ein mega unsympathisches Arschloch war und überhaupt nicht spielen konnte. Ja. Und überhaupt nicht verstanden hat. Es war halt so ein Action-Comedy-Ding, so eine Action-Parodie, das, was wir gedreht haben. Und der hat das halt gespielt wie deutsches Arthouse. Ich muss jetzt mit ihnen reden. Wegen der Geisel. Ach, 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 was genau. Okay, der blonde Typ da, ja. Ja, dass sie die Geiseln gehen lassen müssen. Das ist halt falsches Genre, was du spielst. Dagegen ist Papa ja noch untertrieben gewesen. Ja, aber halt genau, genau in dem Stil. Ja. Film, den Dirk vor, Klaus hinter der Kamera gemacht haben. Aber halt, das ist genau dieses, alle sagen einfach ganz hohl ihren Text so weg. Aber haben Pausen, die voller Gedanken sind. Weil denken kann man nur in der Pause. Da ist auch eine ganz eklige Story gewesen bei Baywatch Berlin. Da hat halt der, ich weiß nicht, ich glaube der Produzent, er hat erzählt, dass er damals zur Zirkos Halle Galli Anfangszeiten oder was wollte mal so andere Ufer schnuppern. Und hat bei irgendeinem komischen Jazz-Festival da halt. Warte, ich muss kurz die Bulli-Parade anrufen. Am anderen Ufer schnuppern. Den kaufen sie mehr für drei Bayernmark. Und da hat er halt mit Jan-Josef Liefers kurzzeitig zusammengearbeitet. Und hat halt einfach so als Gag gesagt von wegen, da war halt irgendwie eine Preisverlehrung mit Manfred Krug oder für Manfred Krug. Und dann hat er halt gesagt von wegen, ey, wollen wir irgendwas Lustiges machen? Und hat gesagt, hier von wegen ein paar lustige Videos. Hier zündet jemand seinen Furz an oder sowas. Und wollte ihn so ein bisschen kitzeln. Ich meine, das Schwierige in der Situation war, dass Jan-Josef Liefers die ganze Zeit diese professiale Figur seiner Tatort-Geschichte da übernommen hat. Und unausstehlich mit ihm im Halb-Privaten kommuniziert hat. Ich weiß nicht, ob er in der Nähe noch Kameras war. Und man, du möchtest also einen Furz anzünden. Das ist gut, das ist gut. Aber es ist ein Jazz-Festival. Und ich bin totaler Jazz-Fan. Und da wird heute Abend ein Jazz-Preis verliehen für Manfred Krug. Und ich weiß nicht, ob da ein Furz angezündet ist. Sowas. Und dann habe ich gedacht, also. Und da haben sie sich ein bisschen drauf lustig gemacht von wegen über so Groß-Meme-Tum. Ich meine, der hat sich da komplett gebadet. Und weil er, glaube ich, auch einfach in diesem Füton-Meer des Tatorts so rumschwimmt, dass der halt gar nicht mehr den Boden berührt. Und gar nicht mehr so richtig weiß, was gerade bei ihm flackert da. Im Vergleich dazu der andere Hauptdarsteller aus Knockin' on Heaven's Door-Till. Schweiger, gut gealtert, wenn er März persönlich nach Berlin fahren würde für die Kanzlerschaft. Wie er im Interview gesagt hat. Was? Friedrich Merz, so einer muss Kanzler werden. Hat er gesagt. Pardon, ich sage es mal. Friedrich Merz, so einer muss Kanzler werden. Friedrich Merz, so einer muss Kanzler werden. Fotz und Fritz. Fotz und Fritz. Fotz und Fritz. Ach ja, Fotz und Fritz hat auch wieder ordentlich was weggeforzt zum Ausschussjubiläum. Meine Güte. Und dann noch die Chance Philipp Amthor, der jüngste 60-Jährige der Welt. Der hat sich übrigens noch seinen Kommentar gerade gerückt, was das auch nicht besser macht. Aber Fotzenfritz stand dazu. Und da gab es so einen schönen alten Taz-Artikel, wo es darum ging. Sein Großvater, also Fotzenfritz ist der alte Fotzen, der uralte Fotzenfritz. Die Urfotze. Die Urfotze. Der hat seine politischen Sporen noch im Dritten Reich verdient. Und dann gab es halt so unschöne Sprüche von Fotz und Fritz. Irgendwie, man muss das rote Rathaus säubern und sowas. Ja, und der hat auch Zeit seines Lebens. Immer noch verteidigt er die politische Karriere seines Großvaters. Naja, mit diesen positiven Gedanken entlassen wir euch in die Woche. Ja, haben wir noch abschließend was Lustiges? Außer, dass ich pissen muss. Meine Güte, ey. Das ist ja im Alter so, ne? Nee, aber so richtig mit Druck. Also nicht so irgendwie, dass du oft musst. Na, ich habe halt so ein bisschen als Öl für die Stimme hinter der Bühne so zwei Liter Wasser getrunken heute Morgen. Und jetzt halt hier noch einen Tee und Wasser. Wie ist das seitdem noch nicht gepinkelt? Ich war zwischen den Vorstellungen einmal kurz. Deine Prostata ist bestimmt faustgroß. Och, ey, ich glaube, mein Magen, du musst schon ein bisschen was davon abfangen. Die Lunge läuft auch langsam zu mit Haaren. Klaus, noch zum Schluss, stell dir kurz vor. Oh, in diesem Sinne, wir sind Fynnusel mit Dirk und Klaus. Fynnuselgmail.com Fynnuselport auf Twitter. Fynnusel mit Klaus und Dirk auf YouTube. Oder allen Podcast-Apps, die nicht Spotify sind. Gottschalks sagt. Schön abschütteln. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Klaus, nicht mehr hier, bor terra. Ja, bis nächste Woche. Ich bin hier, bis näch Missin. Iñi in Dirk. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020